. Liebe Fans, heute spielen wir Hockey Tic-Tac-Toe. Hier geht es darum, genau ins Feld zu tupfen. Wenn du das Feld tupfst, musst du einen Spieler sagen, der schon in beiden Teams gespielt hat. Der, der zuerst eine Reihe voll hat, hat gewonnen. Schuss. Schere, Stein, Papi. You start. Gering. Wo ist das Ziel, Gero? Das erste Ziel. Mitte, Mitte. Irgendwo dort, was weiss ist. Was war das? Z.Syl. Z.A.V.S. Z.A.C.D. Z.A.V.S. Machen wir andere Sand-Duel. Oh, schön. Ja. Z.A.V.S. 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 Fribourg-Gotteran. Doch, doch, doch. Z.A.V.S. 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 Soll ich ihn nicht probieren. Es war schon schwarzer. Gehört das nicht zu beidem? Hä? Gehört das nicht zu beidem? Uff, taffer. Nimm Schiri. Schiri. Gischen. Die obere Kante. Gischen. Das war schön. Disgusting, Schiri. Entscheide. Fribourg Gotterra. Thibaut Monet. Ai, 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 ai. Jetzt ist die Frage. Ich mache Block. Was machst du? Du lockst mich? Ja, sicher. Ja, sicher. Hör auf, den geht es nicht. Probier. Halt ja unten rechts. Unten rechts. Dann ist es safe. Gisst du mir einen? Oben rechts, ja. Lugano. EHTB. Fuck. Warte. Ah, so bitter. Der Kunti. Ja, du warst. Ja. Ich weiss welchen. Nein! Was war das? Lugano, EVZ. Lugano, EVZ. Lugano, EVZ. Äh. Ja, der Bürgs, oder? Der war bei Beiner. Der Bürgler. Der war nicht bei Beiner. Stimmt das? Das ist falsch. Nachher ist er ja auf Ambri. Das war nicht. Du kommst nicht hoch. Das kann ich gleich auch nicht geben. Oh, gehst du da? Noah Schneeberger. Das war der Win. 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 Das war der Win.